hallo liebe freunde ja ich würde sagen wir gehen mal zu deinem haus dass ich was ich echt schön finde aber ich finde es ähnelt sich sehr von seinem seinem also schon sehr ähnlich oder nicht ja natürlich du das vor du bist schließlich der besitzer wer war das nicht schlecht nicht schlecht ja würde ich sagen aber du hast keine toilette kein bad nichts jahre das ist eigentlich ziemlich sein haus ich bin hier nur in miete weil ich bisher noch nichts gebaut habe das ist sein zimmer mit einer schönen kiste die ist aber voll oho ein gold apfel den muss man natürlich gleich sneaken ofenkartoffeln also was der da drinnen gelagert hat ist katastrophe so und dann gehen wir mal in meine bude die sind natürlich katastrophe aus aber naja ja ja das ist aber ich habe wenigstens die porno scheiben mein lieber die porno scheiben und ich habe sogar eine eigene toilette das kannst du dir nicht leisten opala naja das ist hier schlicht und meinen eigenen garten so was braucht man hier gibt es ja nahrungsmangel auf diesem server ja ich denke wir bräuchten schon größeres da drüben jolo gamers sein haus das sieht anders aus ne ich finde es sieht besser aus als vorher also meins hätte auch besser ausgesehen wenn man es nicht weggerissen hätte oha oha ich weiß nicht was er hier anstehen will aber es ist halt riesig das wird eine arena ja ja wollte ich gerade sagen oh alter das ist ja richtig ach das hat er kaputt gemacht ja hier ist auch ein creeper explodiert boah so ein porno basis hier siehst du das rot naja der hat der hat großes vor wieso in dem dings ist doch sind doch genug betten drin da kann man doch darin schlafen ja doch ich habe ich habe da immer geschlafen ja oh ja tatsächlich hoch tschüss leute tschüss 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 tschüss